Kinder, Kinder, servus! Übrigens mit eurem Abs. Schaut mal, wie ich heute zu Besuch habe. Wissen Sie, wer das ist? Das ist der Kaminkehrer, gell? Sag mal, magst du den Kinder bald begrüßen? Ja, grüß euch Kinder. Na schau, ist das ein Nächter. Wie heißt denn? Ich bin der Lukas. Na schau, der Lukas ist das. Du, ich hab so eine Freude, weil der Glück hat sich Glück. Ja, weißt du mal, warum der uns Glück bringt? Lukas, magst du dir Kinder erzählen, warum du so viel Glück bringt? Na ja, wenn der Kaminkehrer da war, dann bringt es in ihrem Haus und dann hat man natürlich auch Glück. Ganz genau, ganz genau. Und das haben wir letztes ganze Jahr ein Riesenglück, gell? Ich sag nur Augen auf bei der Berufswahl, gell? Du, Lukas, warum machst du denn deinen Beruf so gern? Ich mag den Beruf gern, weil man viel mit Menschen zum Tag hat, man isst viel draußen, man kann mit den Leuten reden, es ist auch mal Zeit für einen Kaffee, also alles ohne Stress. Uns gefällt mir besonders gut. Man lernt so nette Leute kennen wie mich, gell Lukas? Genau, magst du auch. Ja, gell? Ja, gell? Macht es gut, Kinder. Servus, Augen auf bei der Berufswahl. Gell Lukas, sagst du auch? Genau, Augen auf bei der Berufswahl. Servus. Fiat euch. Gell Lukas. Gell Lukas. Fiat. Fiat.